Mein Name ist Hanna und ich war nach einer langen Zeit im Kinder- und Hauptchor von 2008 bis 2015 Teil des Jugendhoros St. Kropos. Ich bin immer noch begeistert von dem breiten Repertoire an Liedern, welche wir zusammen gesungen haben und erinnere mich besonders gerne an unsere vielen Auftritte zurück. Neben Sofort Celebration oder Kölschchenkonzerten mit den Blackfills sind mir insbesondere auch die Rock- und Pop-Lieder des Benefizkonzertes in besondere Erinnerung geblieben. Bis heute schwebt mir noch die Akustikversion von Viva La Vida im Kopf, wenn ich das Original von Coldplay höre und auch Klassiker wie Every Breath You Take oder Music verbinde ich sehr mit dem Jugendchor. Ein Highlight war für mich auch unsere Chorfahrt nach Münster im Jahr 2014. Während dieser haben wir unter anderem einen Videoclip zu dem Lied Happy Zaps gedreht, dieser folgt im Anschluss. Zuvor aber noch ein prominentes Grußwort von Thomas Quast, dem musikalischen Kopf von Ruhama, Deutschlands bekanntester Band für neue geistliche Lieder. Der Jugendchor St. Kropos hat viel mit ihnen zusammengearbeitet und sogar auf der CD-Produktion Einer Trage des Anderen Last in 2012 die Background-Vorstimmen eingesungen. Ich bin sehr froh, dass ich so lange Zeit ein Teil vom Jugendchor sein konnte und wünsche alles, alles Gute für das 30-jährige Jubiläum und weiterhin viel Spaß beim SIG. Hallo und guten Tag. Thomas Quast, ich grüße euch alle hier von der Shell SIG aus. Herzliche Grüße nach BIOS an alle Leute rund um den Jugendchor St. Rochus. 30 Jahre, was eine Zeit für einen Jugendchor. Ich denke daran, dass ich verschiedentlich und immer wieder bei euch als Konzertbesucher, aber auch in Messen zu Gast gewesen bin, finde besonders schön, dass wir verschiedentlich miteinander Musik gemacht haben. Zum Beispiel 2012 unsere CD Einer Trage des Anderen Last, wo ihr als Chor nicht nur mitgesungen, sondern die CD auch maßgeblich mitgestaltet habt. Oder auch Live-Termine Einer Trage des Anderen Last, zum Beispiel in Rochus oder auch in der Johanniskirche in Klettenberg. Außerdem denke ich besonders gerne auch an unser Konzert Tour Beflügelt im April 2018 in St. Rochus. Was für ein Konzert! Und jetzt 30 Jahre als digitale Jubiläumsparty. Ich hoffe und wünsche, dass es ein toller Tag wird. Gratuliere und freue mich, wenn wir uns dann am 7. Februar zumindest in kleiner Besetzung, unter anderem auch mit eurem Zampano und Großmeister Wilfried dabei, in Drei Königen sehen. Alles, alles Gute und auch auf viele coole weitere Jahre. Tschüss! Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 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 ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020